Tag 3, gleichzeitig der Finaltag. Beim Tennis bedeutet das, Platzierungsspiele auf insgesamt 32 Tennis-Cords. Unter anderem 24 vor malerischer Kulisse beim TC Blau-Weiß Berlin. Jungen- und Mädchenteams treten jeweils in vier einzeln und zwei doppeln gegeneinander an. Ein Sieg bedeutet ein Punkt in der Gesamtwertung. Das Bundesland mit den meisten Siegen gewinnt. In diesem Jahr ist das Niveau in der Spitze sehr hoch. Die Mädels, gerade die Mädels von Niedersachsen, sind ja wirklich aus der ersten Reihe. Und dadurch haben die, wie gesagt, auch ganz große Chancen, das zu gewinnen. Ja, Niedersachsen. Top-Talente, soweit das Auge reicht. Eine von ihnen ist die 15-jährige Charlene Pieper. In Pink holt sie in ihrem Einzelmatch den ersten Finalpunkt für das Mädchenteam aus Niedersachsen. Sie gewinnt deutlich mit 2 zu 0 Gewinnsätzen gegen die Berlinerin Nadja Nask. Also am Anfang war ich, wie gesagt, sehr nervös. Und dann habe ich mich gut ins Match gefunden. Und ich habe auch gemerkt, dass ich lockerer geworden bin. Und dann lief das alles so von alleine. Und der Erfolg kommt nicht von irgendwo. Siebenmal die Woche steht Charlene auf dem Platz. Möglich macht das ihre Eliteschule des Sports, die Karl-Friedrich-Gaus-Schule, die eine Kooperation mit dem Internat Tennis-Base pflegt. Die haben halt nicht viel Freizeit. Das muss man einfach sagen. Das Leben besteht also überwiegend aus Schule und Trainieren und Turniere spielen. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn sie dann in dualen Ausbildungen beides, dann haben eine tolle Karriere und noch einen Schulabschluss, dann sind wir sehr, sehr zufrieden. Doch erstmal geht es hier um den Sieg bei Jugendtrainier. Tom Zeuch mit Stilmband, auch aus Niedersachsen, liefert sich mit Moritz Pfaff aus dem Saarland ein ausgeglichenes Finalmatch. Nachdem der erste Satz ins Saarland geht, kommt Tom zurück und gewinnt den zweiten Satz. Am Ende geht ihm aber ein bisschen die Puste aus und Moritz Pfaff kann das Ding für sich entscheiden. Ich habe sehr aggressiv gespielt. Er ist auch ein guter Spieler und hat einen guten Ballwechsel drin. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit mir, weil er steht ja auch weit vor mir. Er steht, glaube ich, vier in Deutschland. Ich habe mein Bestes gegeben und ich bin auch relativ zufrieden mit mir. In der Gesamtwertung konnte sich am Ende bei den Jungen das Saarland mit 6 zu 0 durchsetzen und bei den Mädels war es nicht überraschend die Elite-Mannschaft aus Niedersachsen mit 5 zu 1. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020